10 Diorit haben wir noch, das könnte ja gerade so reichen. Das könnte ja echt gerade so reichen, dass wir hier noch zumachen können. Und dann gehen wir hier so lang, direkt nach oben, bis da hin so und graben uns hier runter. Auf welche Höhe weiß ich noch nicht. Ich glaube, wir müssen etwas weiter rüber, oder? Hier so hin. Ja, auf der muss ich hin. Da graben wir uns runter gleich. So, das Gelb kann man hier wieder hinsetzen. Sieht hässlich aus, aus welcher Höhe müssen wir denn? So, hier müssen wir auf die Höhe 77. AK-77 aus Ludwigsburg. Ludwigsburg, mein Wörterbuch vergesse. So, 41 Dinger haben wir noch. Oben kommt natürlich auch was drauf. Ich habe nicht vergessen, wir spawnen ein Monster. So, zack, 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 zack. Wunderbar. So, genau. Auf 77 müssen wir dann. Die können wir gerade wieder hoch. Ja, haben wir noch genug Zeit. Ich sollte gleich ein paar Leitern mitnehmen. So kommen wir da schnell runter zur Hasenzucht. Kleine Abkürzung. Einfach bauen und dann ist gut. So, 32 Leitern haben wir noch. Das muss reichen. Das reicht. Das reicht. Das reicht. Holz habe ich gar keins mehr. Noch eine Kiste und eine Werkbank würde ich mir nämlich noch gerne machen. Deshalb nehmen wir noch ein bisschen Rockwood mit. Eine Doppelkiste. Reicht es für eine Doppelkarte? Ich kann es ja gleich machen. Ich bin ja gerade an der Quelle. So. Jawohl. Und eine Werkbank. So. Oh, Benchmarking. Habe ich in dieser Welt noch keine einzige Werkbank gebaut. Das ist traurig. So, hier machen wir uns eine kleine Hütte hin. Was ist auch so, wie ich die baue? Ich habe noch Dings. Ein paar Slaps hätte ich gerne noch. Nehmen wir noch Slaps mit. Wird nur so ein kleiner Abgang. Hühner sind da jetzt keine mehr drin, ne? Schade. Doch. Ein Hund ist da drin. Da ist ein Hund drin. Ein Huhn. Zack, zack, zack. Noch eins. Zopp. Bopp. 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 Okay, geschafft. Ja, auch noch. Zack, zack. Hopp, 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 hopp. Hopp. Das soll da nicht hin. Hier machen wir aber einen Sinn. Zack, zack. Obacht, da geht es dann gleich nach unten. Muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. So. Einfach nur so ein kleiner Runtergang. Äh, Runtergang. Der kleine Untergang. Seit dem Buchschreiben. Der kleine Untergang. Die Minecraft Musik ist schon wieder weg. Ist schon wieder so still hier. Kann man nichts machen. Wir graben was auf Höhe 77. So. 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 Immer schön weiter. Schauen wir das mal an. 85. 83. 82. Ah ja, da kommen wir flott voran. Wir sind schon auf Höhe 77. Das gehen wir trotzdem noch runter. Ich will ja hier einen Bodengeschalten reinhaben. So. Kommen wir uns voran. Hier haben wir noch ein kleines Stückchen. So. Kriegen wir noch ordentlich Clay, den wir nicht benutzen. Für gar nichts. Sollte man mal. Wäre glaube ich gar nicht so schlecht, wenn wir nicht mal ein bisschen mehr alternative Materialien, nenne ich sie immer gerne, benutzen. Wir würden nicht nur die Standardmaterialien, sondern auch, wenn sie schon so ein bisschen Clay anbietet, dann kann man ihn auch benutzen. So. Wunderbar. Und dann packen wir unsere Leitern aus. Ah scheiße, okay. Okay. Das ist das Problem an der Sache. Ich packe das jetzt auf die andere Seite. Shit, Alter. Das wollte ich natürlich nicht. Deshalb fangen wir das wieder weg. Ich will das eigentlich auf der anderen Seite haben. Mal schauen, wie viele übrig bleiben. Aua. 14 bleiben über. So, wir gehen hier jetzt langsam hoch. Zack, 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 zack. Fünf haben wir noch. Zwei, drei, vier. Oh Gott, geil. Das reicht perfekt. Nein, das reicht nicht. Oh, das reicht perfekt. Geil, 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 geil. So. Wir gehen mal runter. gehen wir erstmal pennen dann könnte ich mein Inventar noch ausleeren dann gehen wir erstmal pennen erstmal pennen noch eine kleine Hütte da unten noch so kleine Schneekellen, nicht sehr hübsche Hütte aber wir bauen auch noch hübsche Hütten, ich verspreche es euch die kommen auch noch wir bauen auch noch sowas wie dieses hier ach ich kann mich ich kann mich noch erinnern wie das hier angefangen hat die erste Folge ich glaube ich zieh mir mal wieder die erste Folge rein zuerst mach ich mein Inventar leer und dann zieh ich mir die das hat hier so viel verändert ich hab hier so viel verändert dran Cleanstar haben wir leider nicht mehr glaube ich doch haben wir sogar noch wunderbar und hier haben wir noch Dark Oakwood zwei Stück äh halt weil ich will mir nochmal so Treppen so Dinger machen äh hups ne vier Stück da haben wir nochmal sechs Stück und dann haben wir noch drei Treppen äh Dinger drei Türen so und dann können wir hier runter gehen das ist eine Spinne die hat wohl überlebt ähm das mach ich mit Besten hier mit damit will ich nämlich hier das hier noch machen schnell nein das ging zu tief so ich will nur hier oben ran genau perfekt so 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 tada ich greife mich hier ich vertiefe mich hier so in Minecraft gerade das ist nicht mehr normal shit das wollte ich nicht ja Dreck hier auch nicht gut den Rest hauen wir wieder ab okay da hauen wir zwei Sachen ab das hauen wir ab und dann hauen wir das hier noch ab vertiefe mich ja gerade wieder mal so in Minecraft das ist eigentlich ganz geil das gefällt mir oh jetzt ist hier unten dunkel jetzt ist es dunkel aber ein bisschen Licht machen hier Licht am Ende des Tunnels scheiße komm hier Polish Granit rein Diorit kein Granit und dafür muss der Stein hinhalten so 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 ich höre schon wieder die hübsche Minecraft Musik dann haben wir noch können wir hier rein machen ahhh dann ist das nicht schön hier yeah und eine Bergbank die können wir raus zu den Hasen so jetzt machen wir mal so rum das ist das ist schön Türen lassen sich das decken hier können wir dann wieder hoch aha so so gefällt mir Minecraft so gefällt mir mein Minecraft wunderhübsch so kleiner Geheimgang noch damit wir wieder hochkommen wunderbarst dann würde ich sagen verabschiede ich mich an dieser Stelle wir sehen uns in der nächsten Folge bis dahin tschüss mit tschau war hübsch und bis zum nächsten Mal